Hallo, da bin ich! Hallo, Togolino! So, so, fertig. Toll, das mach ich auch. Guck mal, das bin ich. Na komm, jetzt halt doch mal still, Schmetterling. Ich versuch's mal hiermit. Ja. Ja, 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 gleich bist du da. Hurra! Hä? Nein, doch nicht da lang. Ja, ja, gewonnen! Juhu! Ja! Gut, gut! Und los geht's! So, mal gucken. Hä? Äh, wie geht das denn? Überraschung! Super Bild! Mh, 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 mh. Ah, Post! Äh, mh? Wer schickt denn solche Post? Hä? Aha. Hm? Oh, cool. So, hier ist der Kuchen. Hm, lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Kein Problem. Ich mache uns schnell einen neuen. Backe, backe, Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Wo bleibt denn Zobolino? Da. Mh, ich liebe Erdbeeren. Erdbeermarmelade. Ach, du warst das. So, Knacke, jetzt den und den grünen. Und fett. Achtung, es geht los. So, wie du. So, so, so. Und fertig. Okay. Und hopp. Mupidu. Hui, hui, hu. Nein. Du bist ja ein verrücktes Huhn. Hey, Togolino. Komm, hier lang. Und hopp. Hehe. Super, Monty. Mh, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Oh, oh. Oh, oh. Yippie. Hm, hm, hm. Hahaha. Hey. Ah, hey. Hm, ah. Tada. Willst du mitschaukeln? Super, Monty. Danke. Was kitzelt denn da? Ach du, was das? Oh, neue Gummistiefel. Mit denen kann ich sogar auf den Händen laufen. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Ah, danke. So. Und fertig ist die Hühnerschau. Und... 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 Und hopp. Tada. Das... Und fertig ist die Gemüse, Florina. Ja! Und hoch! Und weit! Und höp! Und hoch! Oh! Schubi-di-dub-di-dub-di-dum! Hey! Hey! So, wir brauchen noch eine Girlande. Komm, Kalito, wir zeigen dir, wie es geht. In jede Ecke wird ein Muster geschnitten. Oh ja, ich mach mit. Ups. Oh. Oh, jetzt ist die Girlande kaputt. Warte, ich hab eine Idee. Aha. Einmal hier schneiden, so, dann hier entlang. Das Ganze einmal glatt ziehen und falten. So. Tada. Oh, ein Dinosaurier. Ach, lass mich doch gucken, bitte. Bitte. Ach, du musst schon stillhalten. Ich heiz' aber nicht mehr aus. Och, Menno, Togolino. Wieso denn? Ist doch toll geworden. Guck mal, Florina. Daumenkino. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Stopp. Oh. Hoppala. Was macht ihr denn hier? Halt. Einen Moment bitte. Und jetzt könnt ihr... Alles klar, Monty! Hier! Ja! Hoi! Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito! Halt ihn mal hoch! Hopp! He he! Hohoho! Danke, Togolino! Ja, los geht's! Oh, oi, oi, oi! Togolino! Uh, ui! Pass auf! Warte, ich helf dir! Tada! Bravo, Togolino! Bravo! So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön! Puppi du, es hat geklappt! Toll! Brrrr! 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 Bin in Startposition! Flugzeug bereit zum Abflug! Auf die Plätze, fertig und los! Au! Oh! Wow! Ui, ui, ui! Hey, gar nicht schlecht! Pepp, pepp, hopp, hopp, hopp! Oh! Oh! Ui, ui, ui! Ach! Mh, lecker! Haha! Na bitte, ist doch kein Problem! So ist es viel leichter! Muppidu! Und los! Muppidu! Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Hast du das gesehen? Das ist ja toll. Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute. Superschuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt? Wow. Ja, nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier, mit echten Turboflügeln. Super. Ja, genau soweit. Das schafft mein Flugzeug auch. Toll, oder? Ein Looping. Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito. Liebes Publikum, werden Sie Zeuge, wie ich diesen Papierflieger in eine Blume verwandle. In den Zauberhut damit und Hokuspokus. Tada. Auch diese Blume wird gleich etwas ganz anderes werden. Und nun staunen Sie. Es ist ein Angebissener Apfel. Äh, nochmal. Hokuspokus. 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 Super. Ja. Bravo. Danke sehr. Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln. Oh, ich hab was. Eine Taucherflosse. Nicht schlecht. Wow. Ups. Ui, hier ist noch eine. Au. Oh, ich hab was ganz schweres. Okay. Hu, hu. Tada. Moopidu. Ein riesengroßer Monty-Fisch. So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Ha. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So, jetzt haben wir genug Äpfel. Hey, Kalito. Hampt. Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Uah. 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 Wieder voll. Genau, Moopidu. Togolino hat den Ball. Gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück. Und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja, direkt in. Uah. Ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Hab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinnsspiel. Kalt. Warm. Wärmer. Wärmer. Noch wärmer. Heiß. Hä? Hä? Wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben. Schnapp ihn dir, Togolino. Hab dich. Ja. Ja. Hey. Es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was. Monty, das ist ja super Kleber. So, fertig. Hui, der klebt aber richtig gut. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus. Los, komm Monty. Häpp. Juhu. Ja, haha. Und los. Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's. Oh, lecker. Äpfel. Hab, niam, niam, hab, niam, hab, niam. Ähm. Los, und jetzt dran ziehen. Ja. Muppi du, es hat funktioniert. Ein richtig guter Blumengießautomat. Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Und los. Alle, hopp. Hüpp. Wow. Tada. Hey, guck mal, was die Hühner da machen. Einen Turm, wie wir. Wo ist Kalito? Ah, da. Hallo. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Hey. Bravo. Oh, oh. Hey, ein cooler Sprung. Muppidu, warte, Togolino. Kalito? Hey, ja. Nun ist das Sieg. Ja. Ja. Zack, zack. Und zack. Oh, nein. Und zack. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Hey, Togolino. Zieh mal mit. Mein Gang ist verstopft. Guck mal, Monty. Mein Auto. Warte. Ja, Ella. Kannst loslassen, Florina. Hüi. Hüi. Achtung, Togolino. Der Teich. Ha, ha, ein Schwimmreifen. Wie komme ich denn jetzt am Ufer? Äh, mh, hier mit einem Segelboot. Super Idee, Florina. Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Da muss noch mehr Spülmittel rein. Sehr gut. Und los. Wow, cool. Die schnappe ich mir. Boah, eine Togolino-Blase. Gleich habe ich dich. Hüi. 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 Und hüi. Da, 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 da. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Was malst du da, Florina? Ein Haus. Hm. Ich will auch malen. Oh nein. Oh, Entschuldigung. Ah, ich weiß was. Wow. Wow, ein Schmetterling. Schönes Kuchen. Oh, noch ein Schmetterling. Gib mal her. Jetzt sehen beide gleich aus. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Und Schuss. Oh. 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 Wo ist der Ball denn hin? Der ist weg. Hier ist er nicht. Hm. Hä? Frau Huhn. Darf ich mal in die Nest sehen? Aha. Ab ihn. Du bist dran, Florina. Hm. Hä? Wo schießt du denn hin? Hä? Barz ab. Wow. Super gemacht, Florina. Toll. Hm. Ups. Achtung. Hä? Hey. Bravo, Togolino. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togolino. Was hat es denn? Vielleicht ist es verletzt und kommt nicht alleine runter. Dann müssen wir es retten. Komm her. Hüpp. Oh. Ich soll deine Küken retten? Nein. Na, komm mal mit runter. So, hier seid ihr sicher. Gut gemacht, Togolino. Bok, 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 bok. Oh. Hallo, Küken. Oh, wie süß. Da kommt deine Mama. Bok, 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 bok. Guck mal, es denkt du bist deine Mama. Nein, Küken. Ich bin nicht deine Mama. Ich hab eine Idee. Jetzt sieht seine Mama aus wie du. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020